Herzlich Willkommen zu unserer astrologischen Jahresprognose 2023. In jedem Jahr gibt es Katastrophen, Einbrüche, weniger gute Entwicklungen. Dennoch sehe ich das Jahr 2023 astrologisch als ein gutes Jahr an. Wir haben zwar bis 16. Mai noch Jupiter im Widder, was normalerweise nicht schlecht ist. Es ist ja auch ein Vorzeichen der Selbstverwirklichung. Er gibt uns Kraft, unsere Pläne, unsere persönlichen Pläne voranzutreiben. Aber Jupiter im Widder ist in Bezug auf das Kriegsgeschehen eher kritisch zu betrachten, weil hier geht es um Expansion, um Landbesitz, um Konkurrenz, um Gewinn. Und auch Pluto wechselt natürlich 2023. 2023, immer mal wieder vom, 2023, 2024 hat er den Übergang vom Steinbock in den Wassermann, kehrt also immer wieder mal in den Steinbock zurück, in die letzten Grade. Und da geht es nun mal um die Macht in der Welt, in den letzten Graden des Steinbock, des kardinalen Zeichens. Dennoch, Jupiter im Widder bis 16. Mai gibt uns einen frischen Schwung in dieses Jahr zu starten und viel zu verwirklichen. Und ab 16. Mai tritt Jupiter dann in den Stier ein, für ein Jahr lang. Und das ist ein ungewöhnlich gutes Zeichen für die Wirtschaft. Und entgegen aller Erwartungen würde ich sagen, wirtschaftlich kann es 2023 deutlich aufwärts gehen. Wir sehen zwar nach wie vor diesen Umbruch, was die Finanzwelt betrifft, in Form von Uranus im Stier, der bleibt da noch einige Jahre. Trotzdem, dieser Jupiter jetzt im Stier wird gute neue Impulse bringen. Auch uns persönlich wird er neue Möglichkeiten schenken. Wir müssen unsere Chance suchen, gerade wenn wir Freiberufler sind, wenn wir ein eigenes Geschäft aufbauen wollen. Also eine gute Zeit, ab 16. Mai. Im Mai sollten wir allerdings noch etwas vorsichtig vorgehen, Spekulationen vermeiden. Denn da steht dieser Jupiter im Quadrat zu Pluto. Es ist auch gleichzeitig der schwierigste Aspekt des Jahres. Es tauchen sonst keinerlei große, schwierige Aspekte auf. Was alleine schon für dieses Jahr spricht, der langsam laufenden Planeten, wie gesagt. Jupiter, Pluto, Quadrat im Mai warnt vor Übertreibungen, vor Raffgier, nicht den Hals genug vollbekommen, vor Übervorteilungen vor anderen. Also da sollte man ein bisschen den Ball flach halten, finanziell, in puncto Geschäft und nicht zu groß spielen und spekulieren. Genau das Gegenteil ist im Juni der Fall. Da steht dieser gute Jupiter im Stier, dann im Sextil zu Saturn. Und da trifft sich eben die Expansion Jupiter mit Saturn, die Konzentration, das Ziel. Da können wir viele große Ziele anvisieren und auch erreichen. Da können wir langfristige Pläne schmieden und sehr erfolgreiche Weichen für die Zukunft stellen. Also diesen Juni sollten wir uns unbedingt merken. Neu ist in diesem Jahr der Wechsel von Saturn in die Fische am 7. März. Er wird dort bis Mai 2025, also zwei Jahre bleiben. Und natürlich zeigt dieser Saturn in den Fischen, wenn wir ihn kritisch sehen, die Not der Menschen an. Fische ist ja das Zeichen, das auch mit der Psyche, mit Neptun zu tun hat und Saturn mit der Not. Also seelische Not, Angstschirrungen, Depressionen sind gerade seit dieser Corona-Zeit, seit diesen Lockdowns, aber auch durch den Krieg, durch die Angst vor Inflationen, wirtschaftlichen Niedergang, Existenzängsten, das alles greift so um sich in den Menschen. Und das ist eigentlich durch diesen Saturn in den Fischen wirklich sehr deutlich angezeigt. Nun müsste man fragen, was ist denn die Aufgabe dieses Saturn in den Fischen? Ja, Saturn in den Fischen hat die Aufgabe, Ordnung in der Psyche zu schaffen. Saturn ist immer die Ordnung, die Struktur und Fische eben diese Psyche. Also eine sehr wichtige Zeit, die da kommt. Und Saturn in den Fischen zeigt in einem positiven, in einem mehr positiven Sinne, aber auch spirituelles Wachstum oder Möglichkeit auf spirituelles Wachstum an. Denn die Fische ist ja auch das Zeichen der Spiritualität, des Geistigen, in dem Neptun wie gesagt herrscht. Und Saturn ist immer eine Konzentration darauf. Also interessant ist, dass in den 90er Jahren, das letzte Mal, als Saturn das letzte Mal in den Fischen war, die Astrologie eine Hochzeit hatte. Und man nimmt auch jetzt an, dass wir astrologisch gesehen in eine Hochzeit hineinkommen. Das sollte all den Menschen Mut geben, die sich beruflich auch näher mit der Astrologie auseinandersetzen wollen. Interessant ist auch, auch eine persönliche Beobachtung, dass das Sextil zwischen Jupiter und Pluto, das ist ein Generationenaspekt, ist schon seit Jahrzehnten am Himmel. Und der nähert sich jetzt in diesem Jahr wieder auf einen Orbis von 2 Grad an. Also ist relativ stark wirksam. Und das heißt, diese spirituelle, diese geistige Kraft ist 2023 sehr stark in der Luft, ist sehr stark präsent und kann uns alle inspirieren, beseelen. Also toll. Eine weitere Beobachtung, die wir gemacht haben, ist, dass es relativ viele günstige Merkur-Jupiter-Merkur-Saturn-Winkel 2023 geben wird. Warum? Weil Merkur immer wieder in den Erdzeichen, also nur ausschließlich in den Erdzeichen rückläufig wird und Jupiter eben größtenteils im Stier steht und Saturn in den Fischen. Also, das hilft uns, klare Gedanken zu fassen, klare Pläne zu machen und auch Vorhaben, wichtige persönliche Vorhaben zu verwirklichen. Also, ein ganz guter, ein gutes Vorzeichen, was Merkur den Planet der Kommunikation, der Kontakte, der Geschäfte betrifft. Sehr schön, außergewöhnlich, zeigt sich auch Venus für einige Zeit, 2023 am Himmel. Vom 5. Mai bis 9, äh, 5. Juni, Entschuldigung, vom 5. Juni bis 9. Oktober steht sie im Löwen, also den ganzen Sommer bis in den Herbst hinein und das ist schon ungewöhnlich lang, kommt durch ihre Rückläufigkeit, ihre zeitweilige Rückläufigkeit zustande und Löwe ist ja das Zeichen des Lebens, des Auflebens, der, der Zeugung, der, des Schöpfertums. Venus im Löwen zeigt also eine wunderbare Zeit der Lebensfreude an. Ähm, das eigentlich Großartige an diesem Jahr ist jedoch der Umbruch, der Kulturwandel angezeigt durch, ähm, Pluto, ähm, vom Steinbock in den Wassermann. Pluto wird dort bis in das Jahr 2044 bleiben und er wird die Welt völlig verändern und transformieren. Wir werden ein neues Bewusstsein bekommen, was die Freiheit, was, äh, Gleichheit, was, ähm, soziale Gerechtigkeit betrifft. Ähnlich wie, es ist eine ähnliche Zeit nur auf einer anderen Ebene wie damals zur französischen Revolution. Auch damals stand, damals stand Pluto das letzte Mal im Wassermann. Es gilt so ganz grob gesagt, äh, politisch, sozial, nicht länger das Recht des Stärkeren, den amerikanischen Grundsatz, sondern es geht jetzt wieder mehr um die Stärke des Rechts, um die soziale Gerechtigkeit. Pluto im Wassermann wird viele Umstürze und Revolutionen jetzt und in den kommenden Jahren bringen. Ähm, es wird uns, er wird uns die Möglichkeit geben, ähm, aus Ideen, aus Ideen, ähm, aus genialen Ideen schnell Geld zu machen. Es ist alles Luft, es ist alles, es ist ja auch die Luft-Epoche, ähm, es ist alles Kommunikation, es ist alles geistiger Austausch, also das alles wird sich intensivieren. Man kann schnell aufsteigen, man kann ebenso schnell abstürzen. Eine spannende Zeit, in der auch das Wetter noch einmal ganz neue Formen annehmen wird, Winde, Stürme, die ja bereits in den vergangenen Jahren, äh, ein bisschen uns Angst gemacht haben im Zuge des, äh, Klimawandels, nehmen natürlich an, an Fahrt auf, werden noch dramatischer kommen, da Wassermann ja auch die höheren Luftschichten, ähm, mit den höheren Luftschichten in Verbindung entsteht. Das alles können Sie noch näher nachlesen in unserem Allgäers Astrologischen Jahresbuch 2023, ähm, natürlich auch Näheres über das gesamte Jahr, ist natürlich sehr viel ausführlicher noch beschrieben, äh, ich konnte das in der Kürze der Zeit nicht alles so gut beschreiben, ähm, natürlich können Sie auch das gesamte Jahr über in unseren Fernkurs, der zum Astrologen Ausbilder, in unser Astro-Kolleg einsteigen, es gibt keine Voraussetzung, einzige Voraussetzung ist das Interesse an der Astrologie, an Menschen, unsere, unser Astro-Kolleg, unsere Ausbildung zählt zu den seriösesten Ausbildungen im deutschsprachigen Raum, und ich will Sie auch noch kurz an unser Sternbild-Magazin erinnern, eine einmalige monatliche Zeitschrift, die über ein Abo erhältlich ist, Sie können jederzeit dieses Abo kündigen, gehen keinerlei Verpflichtungen ein, es ist ein, es ist Astrologie pur, es beinhaltet sehr viel astrologisches Wissen, das auch schult, gerade Menschen, die sich näher mit Astrologie beschäftigen können, da sehr viel profitieren davon. Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches, ein sehr glückliches Jahr, ein Jahr voller Liebe und Gesundheit. Machen Sie es gut, alles Gute. Ich wünsche Ihnen ein Jahr und ich wünsche Ihnen ein Jahr und ich wünsche Ihnen Vielen Dank.